Willkommen zu einem neuen Tag meiner Challenge 2018. Heute habe ich ein indisches Mantra von Ganesha, den Elefantengott, für euch vorbereitet. Er beseitigt alle Hindernisse, wenn man was Neues beginnt. Also, viel Freude, viel Spaß und dass es alles ganz leicht gehen darf. Chaya Ganesha! Chaya Ganesha Chaya Ganesha Chaya Ganesha Pahimam Shri Ganesha Shri Ganesha Shri Ganesha Shri Ganesha Akshamam Om Gana Bhattayi Namunammam 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 Nao Namah, Onggabatai Nao Namah Nao Namah